So, bei dem Video bin ich mal ganz gespannt, wie viele Daumen nach unten dort geklickt werden, denn es geht um Social Media Buttons. Und wir sind hier schon mal auf der Seite spiegel.de und da sehen wir schon vier verschiedene Social Media Buttons, Twitter, Facebook und Google+. Ja, und was das Problem an den Buttons ist, ist schnell erklärt. Einmal stören Sie mich beim Lesen von so einem Artikel und zweitens besteht auch noch ein Datenschutzproblem, denn sobald ich jetzt auf diese Seite gehe, kommuniziert quasi dieser Button mit Facebook, Google oder Twitter und überträgt die Information, dass ich die Seite angeschaut habe, an Facebook, also welche Seite angeschaut wird und wer diese Seite angeschaut wird, übertragen. Und das geschieht halt mittels IP-Adresse und mittels Link von diesem Artikel. Und wenn ich jetzt Facebook-Nutzer bin, ist es noch ein Stück gravierender, da schaut dieser Button, ob das Cookie gesetzt ist von Facebook und wenn ja, wird da quasi diese Information ins Cookie geschrieben und Facebook kann dann also sogar mein Account damit verknüpfen, auf welcher Seite ich war. Und jetzt das mal uns genau anzuschauen, ich drücke jetzt einfach mal STRG-U, komme dann in den Quelltext von der Seite, suche mir jetzt die Stelle raus, wo hier dieser Button ist, das ist die hier, also da sieht man Plugin, Like, bla 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 und dann hier der Link von dem Artikel hinten dran. Ich kann da draufklicken, es ist nämlich eine PHP-Datei und da sehe ich schon, da wird Code ausgeführt. Hier unten ist wahrscheinlich das Wichtigste, also hier ist ja schon mal markiert, dass es ein Skript ist, also nicht nur einfach ein normaler Link. Und hier ist halt genau das, was passiert. So genau kann ich es jetzt nicht interpretieren, aber ich habe mir sagen lassen, dass eben genau das passiert, dass halt geschaut wird, ob das Cookie gesetzt ist und dass die IP übertragen wird mit dem Link, das ist sowieso unzweifelhaft. Das ist schon allein, dass dieses Ding überhaupt da ist, bedingt das schon, dass das übertragen werden muss. Okay, schließen wir mal wieder den Quelltext und überlegen uns, was wir dagegen machen können. Naja, die jetzt zum Beispiel auszublenden mit Adblock ist nicht so hilfreich, weil dann sieht man die zwar nicht, aber diese Informationen werden dennoch übertragen. Da gibt es eine ganz gute Lösung dafür und zwar das Plugin Ghostry für Firefox. Ich mache hier schon mal die Seite auf, springe aber nochmal zurück zu Spiegel und zeige euch jetzt noch was und zwar lösche ich meine komplette Chronik. Also die ganzen Cookies habe ich jetzt mal im Sinn gehabt und habe hier kein einziges Cookie mehr gespeichert und wenn ich jetzt nur diese eine Seite neu lade mit der 5, werde ich eine böse Überraschung dann erleben. Überleben hoffentlich auch. Wenn ich hier auf Extras gehe, nochmal Einstellungen und die einzelnen Cookies nochmal anzeigen, da haben sich hier massenweise Cookies eingenistet von irgendwelchen Anbietern, die ich eigentlich nicht haben möchte. Ich entferne die nochmal alle und wir installieren uns mal das Ghostry-Plugin und schauen mal, ob das Besserung bringt. Das müssen wir erst erlauben. Link findet ihr in der Beschreibung natürlich für das Plugin. Hier jetzt nochmal installieren und neu starten. So, beim ersten Start dann öffnet sich ein Assistent von Ghostry, den gehen wir einfach mal durch. Die beiden Sachen kann man getrost aktivieren. Und hier wird es spannend. Also was will ich geblockt haben? Ich wähle hier immer alles aus, weil das sind eigentlich alles Sachen, die brauchen wir beim normalen Surfen nicht. Die kann man alles schön ausblenden. Gut, und dann geht es hier weiter. Dann sind wir eigentlich schon fertig und können Ghostry nutzen. So, und jetzt würde ich empfehlen, Firefox nochmal neu zu starten, nachdem wir das eingestellt haben mit dem Assistenten. So, dann gehen wir nochmal auf den GAUK-Artikel von Spiegel Online. Und wir sehen schon, die ganzen, ja, Social Buttons sind nicht mehr zu sehen. Das ist schon mal schön. Hier oben rechts sehen wir auch die Anzeige, was geblockt wurde. Und jetzt löschen wir nochmal alle Cookies und laden die Seite nochmal neu. Warten wir, bis sie fertig geladen ist. Und machen dann das gleiche wieder wie vorhin. Schauen uns mal an, wie viele Cookies noch da sind. Und jetzt sind auch nur noch die Spiegel.de Cookies gesetzt. Und keine anderen, also alle Werbeanbieter von Spiegel werden durch Ghostry eben geblockt und natürlich auch diese Social Media Buttons. Das Gute ist, erstens sind sie weg und sie sind nicht nur, nicht mehr sichtbar, sondern sie sind tatsächlich weg, also sie werden gar nicht mehr geladen. Es wird jetzt also keine Information an Facebook, Twitter und Co. übertragen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gefallen jetzt an Ghostry gefunden, weil es sind ja doch eure Daten und die behält man doch besser bei sich. Vor allem auch so bei solchen Sachen wie Spiegel.de, wo es ja schon um politische Sachen geht, wo dann eben Facebook die Möglichkeit hat, euch politisch einzuordnen, also auf welchen Seiten surft ihr. Spiegel gilt ja eher als Links zum Beispiel, wenn man das noch so nennen kann beim Spiegel, was der so schreibt. Aber es lassen sich eben doch ziemlich genau Profile erstellen und ihr braucht nicht glauben, dass Facebook das nicht macht, weil Facebook verdient mit genau solchen Sachen sein Geld.